Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Arati Becken bei WoW. Oh, sie sind schon in Gang. Naja, dann werden wir bestimmt verlieren. So, ich gehe mal hoch. Da hätten wir es schon eingenommen ist. Ach, helfen wir erstmal hier. Aber ich habe einen Kill, glaube ich. War das mein Kill? Ich hoffe, es war mein Kill. Es war mein Kill. Haha. So, so kann es doch schon mal weitergehen. Einmal buffen, aufsatteln und Lust leiten. Meine Nase juckt. Das ist ja eklisch. So. Komm, den Standort. So, dann kommt er erstmal weg hier. Und, ey, ich wollte den da standen. Dann standen wir den. Zack. Dann. Da ist jetzt noch eine Katze. So, der ist auch weg. So, wir müssen mal ein bisschen vorstoßen hier. Oh, wir haben meinen Stützpunkt oben. Mein Stützpunkt. Ich darf mal SW. Wer will. Ich dachte, das zählt noch. Ich dachte, das zählt noch. Ich dachte, das zählt noch. Ja! Ja! Haha! Kampfrausch! Was findet denn hier Kampfrausch? Naja... ... ... ... ... ... ... Eine kleine Runde. Na ja, na ja, na ja, na ja, wie schlecht bin ich geworden, oh, ich hab schon zwei Kicks, ne, ist ja nice, ich werde, aber die Runde werden wir durchschauen, ja. Ja, na ja, na ja, na ja. Oh, ich kann ja nicht sagen, Shane. Oh, Jäger, ich bin schon wieder bei dieser. Besser. Was? Bleib doch stehen! Jetzt bin ich tot, oder? Überlebe ichs? Ich bin tot Ich bin tot Einen Schluck nehmen Lecker Ein schöner Joghurt Trunk Mit Strazatella Wenn die alle hier sind Da muss keiner Unten Aber vielleicht nur einer Einer Zwei Drei Drei Ne Ne Ach ne Ich hab aber drei Kids gekriegt Joy Ach ja, so, das war eine Runde World of Warcraft im Arati-Becken.